Hi, ich bin Mehdi und in diesem Video zeige ich euch, wer ich bin und was ihr auf meinem Kanal erwarten könnt. Ehrlich gesagt habe ich mich recht spontan für YouTube entschieden und in alle Videoschnipsel zusammengetragen, die ich finden konnte, um für euch einen kleinen Trailer zu basteln. Wie ihr sehen könnt, liebe ich es zu reisen, Neues und Unbekanntes zu entdecken und das erste Mal an fremden Orten zu sein. Nicht zu wissen, was mich erwartet und wofür mich der Weg führen wird. Und nebenbei noch eine ganze Menge Spaß zu haben. Reisen bedeutet für mich Freiheit und Grenzenlosigkeit, aber auch seine Ängste zu überwinden. Wer bei mir nicht fehlen darf, ist mein Hund Lea. Mittendrin statt nur dabei. Sie gehört zwar irgendwie nicht auf YouTube, aber ist nun mal ein Teil von mir. Also keine Angst Leute, ich werde keine Hundetrick-Tutorials drehen. Dafür werde ich euch mit Rezepten und Ernährungstipps versorgen. Hauptsächlich vegan. Da ich natürlich nicht auf Dauerreisen bin, nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich bin Yoga-Lehrerin und Bewegungs-Junkie und möchte euch gern was von meiner Energie abgeben. Ich möchte vor allem Yoga für jeden zugänglich machen. Ihr könnt euch auf knackige Yoga-Workouts freuen. Aber auch auf sanfte Sequenzen, wo wir mal ganz genau unseren Körper, unsere Atmung spüren. Ich zeige euch, was alles möglich ist. Wenn man geschmeidiger auf der Yogamatte wird und fitter im Alltag. Das Wichtigste ist, dass man Spaß hat an dem, was man macht. Und nicht gleich aufgibt, wenn es mal nicht sofort klappt. Für mehr Planen möchte ich gar nicht. Lieber einfach anfangen und mich mit euch auf eine gemeinsame Reise begehen. Inspirieren und inspirieren lassen. Schön, dass du mitkommst. Bis ganz bald. Eure Wieder. Eure Wieder. Eure Wieder.